Okay, theoretisch haben wir alle die Takte schon gearbeitet und jetzt die Frage ist, können wir die gemeinsam kombinieren? Na ja, schauen wir mal. Der erste Takt ist, Moment, ich zeige euch das ganz kurz. So, hier haben wir es. Wollen wir das ausprobieren? Okay, jetzt würde ich das ein bisschen kippen, so dass ihr das auch hier sehen könnt. So, eins, zwei, los geht's. Und viel Spaß beim Üben.